Musik So, willkommen zu einer neuen Runde Call of Duty Black Ops 2 Wir sind wieder im Livestream und sind ein Haufen Leute dabei Wir machen jetzt wieder frei für alle, jeder gegen jeden Ordentlich auf die Mütze Schnell und aggressiv Wird schon geschossen Oh Gott, wie schießt die Waffe denn? Ich habe gleich eine neue Waffe ausprobiert hier im Frei für alle Ist das kein Problem, da bekommt man alle Waffen gleich Ich hab da neben gestochen, von Anfang an Hast du wohl Irgendwas habe ich einfach zusammengestellt Aber wir werden das jetzt nicht, egal was wir jetzt machen, wir spielen das nicht für uns selber frei Oh, da oben saß einer Nein, das ist einfach nur for the moment For the fun And the lords Achso So cool das ist, das funktioniert nicht Ich bin mir gar nicht sicher, ich hätte irgendwie ein Reflexvisier noch mitnehmen können oder so Wie sie alle aus der Tür kommen und abstauben Wäre, glaube ich, gut gewesen Oh, studiert doch was Camper Boah, was war das? Was war das? Diktat-Lukat Diktat-Lukat, hier Diktat-Lukat, ey No run Wo seid ihr denn alle? Irgendwie mag ich die Waffe nicht Sie ist die letzte Ich habe auch die letzte Waffe genommen Jetzt habe ich gerade auf ein paar Koffer geschossen Ey, wer schmeckt mir so einen komischen Senftex um die Füße? Frech, warum hat meine Ganache so spät gezündet? Ey, ich finde kleinere Mames besser, hier sitzt ja jeder nur irgendwo rum Wieso sitzt? Ich bin gerade von einem anderen zu dir gelaufen Achtung Feindliche Drohne nähert sich Irgendjemand hat ein 3er-Killing-Streak Gefällt mir nicht Oh, oh Boah Der ist schon wieder Diktat-Lukat, ey Hier ordentlich am Absnipen Macht jemand Quickscoping von euch? Ich kann das gar nicht Ist mir kein direkter Begriff Geht Scoping nicht eigentlich nur mit so Auto-Aim auf der Konsole? Ne, das geht auch so, glaube ich Boah Maru Äh, ich habe noch einen Gefeind direkt an Ich war nur am Nachladen hier Hier kommen der Dauer-Frieder von hinten Ja, ich werde auch gerne von hinten erschossen Gerne? Mhm Es gibt so Sachen, die hat man halt irgendwie besonders gerne Nicht viel Nein Wie hat er mich denn erwischt? Nicht schlecht Ich treffe halt auch überhaupt nichts mit meinem blöden Gewehr Was soll ich sagen? Ich habe so eine komische Waffe, die in einem halben Sekunden das Magazin erschießt Boah Ja, ja Weißt du, der will mich messern Gibt's hier Claymore? Das gibt's auch nicht Einmal gehe ich aus dem Haus Nein Oh, ich brauche eine Waffe mit mehr Magazin, glaube ich Oh, da legt er sich hin Der Minzi Minzi, Minzi ist der Hammer Ich finde, dass die Minzi verboten ist Nee, die Minzi ist der Hammer Achtung Feindliche Ich werde ja den Luigi bekommen Ich den nicht treff So viel Munition habe ich gar nicht, dass es das geben würde Zack Oh, wer kämpft denn da? Ich stehe die ganze Zeit vor ihm und wer sich bewegt hat, habe ich ihn erst gesehen Ey, wie die sich, wie ihr euch immer alle hinlegt Ist das jetzt die Oh Gott Wenn die anderen das machen, müssen wir das auch machen Der hat sich auch hingelegt Ich drehe durch Wer das andere machen, muss ich das auch machen Also bei mir habe ich irgendwie zwei Sekunden gebraucht, um mich hinzulegen Ich habe ihn auch gesehen Ach So, ich kann mich auch hinlegen Nein Oh, von da oben Der schon wieder Dadurch schießt du eh auf die Füße Ja, ja Ja, ja Oh, ey Meine Marionette tanzt, meine Marionette tanzt und dann Ja, frech, Alter Er umläuft mich immer Alter, nein, das steht da hinter mir Ey, der kommt da wieder und Kommen die Dinge, ey Er spawnt hier direkt neben einem, ey, die ganze Zeit Die Waffe gefällt mir nicht Wer ist das hier, ey? Was, wo bist du, ey? Kreuzfeuer Die, der verfolgt mich Oh, die Bombe Tötet ihn Kannst du Messer only einsteigen? Oh, da war, ja, schön Claymore Oh Versteckt sich Kreis in einem Ich war taktisch im Rückzug Achso Wer hat mir dann den Kill weggefahren? Das kann doch nur der Dado-Kack gewesen sein Nein Abstauberus, ey Abstauberus Oh, da hat er mich erwischt Wie hast du das denn gemacht mit deinem Controller? Abgestaubt Ah Der, wo ich gemessen hatte Der hat mich doch schon länger verfolgt Das hat mich Ich hab das gespürt Aber ich hab mich nicht getraut, mich umzudrehen Ich dachte, er wär der Slenderman Oh Gott Oh Was ist denn jetzt los, ey? Tor? Der Tor, ja Da hat er seinen Hammer rausgeholt Ich brauch so ein blödes Zielfernrohr Gibt's irgendein, das ist wie ein Wallhack Kann sich Wende gucken Haha, ich bin voll in Oh, Lightning Strike Wie kriegt ihr aber solche Kill-Serien hin? Ich bin schon bald zwei im Tod Aber ich finde ihn auch nicht Ich wünsch nicht echt zwei Kills hintereinander Obla, 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 obla Obla, obla, obla Oh nein, das wollte ich gar nicht Jetzt bin ich ungedeckt Neee Muss man eine andere Klasse wählen jetzt hier Ja Die, oder die Die nenn ich mal Ein bisschen rumprobieren Ein bisschen rumspielen Uah Oh, Dragonfly down Dragonfly down Oh Gott Wollen wir jetzt in Mission, oder? Okay Jetzt wird die Besser Ich nehm keine Waffe Keine Waffe Was? Ey, ich hab mich mit deiner Waffe getötet Was gehört? Oh Shorty, ey Oh König Glück König Glück Komm, Kreis Du willst doch nochmal sterben Wo bist du? Der Glückskönig Nein, wieso? Hä? Ach da Er ist immer in den Rücken geschossen Uah, Marf Die gefällt mir Muss das so denn sein Oh, oh Mint, die Mint Das ist der Hammer Kommst du wegen Mr.. Minty Oh, hier Du musst doch die ganze Zeit an Minty-Mint denken Oh nein, ne Hörstkarte Bobby Car Bobby Car Ah, wer war das? Mann tot, oh Mann tot Ja, Mann tot Nein, was war das? Irgendeine Bombe, ach hier die Claymore Ich trete da zu gerne drauf. Ich war schon um die Ecke. Das fällt dir ein. Der Dalukat, wo kommst du her? Geht dich gerne in den Kronen. Oh, ey. Nein, nein, nein. Ah. Hm. Wo ist das denn so ein Mal? Minz frisch. Ich hab auch 31,50 Schuss oder so. Boah. Boah, Maru. Ey, haben sich zwei Leute gleichzeitig getötet. Vor meinen Augen. Wie romantisch. Ich hab noch jemanden erschossen. Ich glaub, ich muss mal irgendwie die Schlagentaste von meinem Messer auf eine andere Taste legen. Achso, auf V ist die. Okay. Yay, UAV. Oh, riecht in die Kreis. Turn around. Ein Key noch. Ich wollte ja in die Arme springen. Wie das bei mir aussah. Geil. Wie sah das cool aus? Du bist so vorgeschrungen. Hey, 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 hey. Egal, UAV. Ne, das ist die UAV. Das ist die. Nein, keine Rette. Filmchicks. Oh Gott. Hab ich grad so kurz, uns geht die Tasse zu finden. Feindliche Drohne nähert sich. Im Reload messert er mich weg. Oh, minty, mint, ey. Minty, mint. Das ist der Hammer. Der ist immer minzfrisch, ey. Oh nein, das hast du mich erwischt. Ich bin so blöd reingelaufen. Messerkampf, ey. Voll die Stecherei hier an der Tankstelle, ehrlich. Ist ja wie bei uns in der Stadt. Was war das denn? Was ist denn hier vorbeigelaufen? Ah! Ah. Ne, soll ich nicht. Ach, das war jetzt kacke, Marco. Ach, das war niemand. Das war dann Boom. Ist er an who? Die Drohne steht bereit. Die feindliche Drohne nähert sich. Ah! Mav campt. Ich hab dich gecampt. Das war taktisches Abfahren. Ah. Dein Messer säubern. Ah, voll hin. Oha. Oh, Lamer mit dir. G18, ey. Ah. Ehrlich. Musste ich dir erst dreimal hinterherlaufen. Die feindliche Drohne nähert sich. Verleben. Mann. Nachladen. Oh. Sie sterben alle weg und ich krieg keinen Kill. Sie sterben alle vor meinen Augen. Immer auf die ich geschossen hab. Ja. Oh, Schöppel. Oh. Ach, ich hab doch hier die Superwaffe dabei. Warum nutze ich die nicht? Nein. Das ist so blöd, wenn du dich hinschmeißt und dann im Moment irgendwie dich nicht drehen kannst. Controller Boy. Hast du ihn erkannt in seiner Bewegung, oder? Vielleicht doch an dem Namen, der... Boah. Ah. Skull. Schmeckt's? Die feindliche Drohne nähert sich. Voll gemein. Und dadurch kommt er zum Abstorben vorbei. Die feindliche Drohne nähert sich. Stauberus. Abstauberus. Hast du ein Messer geschmissen, oder was? Boah. Feindlicher Blitzschlag. Feindlicher Blitzschlag. Blitzkrieg. Boah. Ich hatte eine 50-50-Chance, dass der eine oder den anderen... ...der eine den anderen killt, aber irgendwie... Ich hab's keinen mehr krieg. Das gibt's doch nicht. No, Maru. Du willst einfach keiner da rum. Du willst doch auch, Rolf. Hier liegt ein Bild rum. Keiner will von dadurch sterben. Der Minzi. Minz frisch weggerupst. Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Danke, Shorty. Ja, super. Vielleicht hätte ich die andere Waffe nehmen sollen. Oh Gott. Ey, ich krieg's nicht hin. Ich bin doch schlechter, als ich dachte. Ach, ey. Ey, Schleicherüsse. Oh, super. Nein, ich steck fest. Ich krieg's... Ich komm jetzt, ich kauf keinen grünen Zweig mehr hier. Ich auch nicht. Bist du doch über mir, Maru. Ich will wieder die Waffen, die ich gewohnt war. Ey, ich guck die ganze Zeit daraus. Keiner da. Dann drehe ich mich um, ey. Und warte, da kommt eine reingeschichte. Ah, ma, 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 ma. Ich sterb viel zu oft. Egal, ey. Dieses Problem ist mir bekannt. Okay, ich brauch eine andere Waffe. Boah. Auf den Zeitplan achten. Ja, jetzt ist gleich Schluss. Oh, wie weit bin ich denn abgefallen, bitte? Du bist doch gar nicht ganz oben. Nee. Nee, du bist jetzt bei mir. Hallo. Oh. Willkommen hier unten. Muff hat mir voll in den Nacken geschossen. In der Überkreisgruppe. Nee, 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 nee. Messerkampf, ach man. Nein, 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 nein. No, das hat er mich noch erwischt. Das Nachladen aber so lange dauert. Nein. Oh, Dallek hat das nur auf dem dritten. Ein Key. Es war ein Key, der uns getrennt hat vom ersten. Ah, Marc, du bist nochmal nach oben gerutscht. Ah, die Final-Kill-Cam. Hier wollte ich nochmal ein Comeback holen. Erstmal Shorty in den Rücken schießen. Und da kommt noch einer. Da ist der Final-Kill gewesen. Oh Gott, wie schlecht. Das war ja schon knapp. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Skillig. Okay. Danke.